Grüßt euch, bei mir ist jetzt Maria. Servus Maria. Hallo. Maria, wir sollen mal deinen Traummann finden, gell? Genau. Magst du erst einmal ein bisschen was von dir erzählen? Ja, also ich bin Maria, ich bin 19, ich wohne in Langen-Ehrling, das ist zwischen Rengspuck und Straubing. Ich bin offen, ehrlich, unternehmenslustig. Mit mir kommt eigentlich jeden Scheißmacher. Ich mache gerne Musik, spüre Gitarre oder Klavier. Genau. Okay, und wie stellst du dir deinen Traummann vor? Also mein Traummann soll auf jeden Fall größer wie ich sein, also größer 1,1,85. Er soll ehrlich sein, er soll treu sein, er soll auch manieren haben, meist spontan, so wie eigentlich ihr. Okay, also er muss mit dir spontan ausgehen oder sonst was? Genau, nicht alles ist so geplant. Okay. Wird er von nett sein? Ja, er muss einfach manieren haben, also dass er einfach vielleicht keine Bitte oder Danke oder unehrlich geht auch gar nicht. Und wenn er fremd geht, meiner soll er davor gleich Schluss machen. Okay. Ja, das ist er, ist er klar. Aber einen mit Anstand? Ja, auf jeden Fall. Okay. Gibt es an dir irgendwas, wo du sagst, mit dem muss er leben können? Irgendeine kleine Charakterschwäche oder sowas in die Richtung? Also ich bin ein bisschen eitel. Nochmal? Ich bin ein bisschen eitel. Eitel? Ja. Okay. Ja, ich glaube, damit kann man leben. Glaube ich auch. Das ist, glaube ich, bei Frauen auch gar nicht so schlimm. Nein. Okay. Super, Maria, das war es schon wieder. Bitte meldet euch bei der Maria, weil sie ist eine ganz, ganz süße. Fiat euch.